Ich würde den Robert oder Doris bitten, dass man einfach auf Programmieren geht, wenn ich meine Brüllen aufzuschüsse. Das ist gut, der Robert machen. Genau. Und jetzt tue ich nichts anderes, wie die fünf Drähte auf die fünf Löcher halten. Und der Robert klickt mich ab und wenn wir Glück haben, tue ich mal. Schauen wir mal, ob ihr den Chip schon kennt. Kann natürlich auch sein, dass ein Lötfehler ist. Ja, das ist schlecht. Der Wetter weiß, wo sie noch sind. Das ist schlecht. Muss ich schräger hin vielleicht. Schauen wir mal. So, jetzt probieren wir mal. Einfach Programm. Ja, continue. Das ist nicht gut eigentlich.